Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 27.600 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal einen leichten Abverkauf nach unten hingesehen. In der Spitze ging es auf 27.260 US-Dollar nach unten hin. Hat natürlich auch mit der ganzen Newslage zu tun. Wir hatten negative Vorzeichen aus den USA, die sich dann wieder deutlich erübrigt haben. USA ging dann nach oben. Bitcoin hat es auch ein bisschen nach oben gezogen. Golden Pocket rejected. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Und natürlich auch einen Blick auf Ethereum werfen und mal ganz kurz einen Blick auf die Stockmärkte und den Goldmarkt auf jeden Fall. Bevor wir uns hier doch starten, lasst dem Video immer gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Und gestern Abend kommt jetzt öfters, habe ich noch ein kleines News-Update für euch dagelassen. Also so die wichtigsten News des Tages, beziehungsweise was auch noch so im Laufe der Woche auf uns zukommen könnte. Ihr wisst die ganze Sache in Israel und sowas, was da aber auch noch so im Hintergrund mitspielt, mit Öl etc. pp. Haben wir dann gestern in diesem Video besprochen. Also schaut euch das gerne an. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 27.600 US-Dollar. In der Nacht sehr, sehr wenig passiert. Wir hatten gestern nach eben diesen Abverkauf, der ziemlich erwartet worden war. Ich habe eigentlich nochmal damit gerechnet, dass wir nochmal kurz hochgehen und dann eben der Abverkauf erst kommt. Aber Bitcoin hat sich dann umentschieden, nachdem die Vorzeichen in den USA eben negativ waren, erstmal abzuverkaufen. Dann ging eben nochmal wieder in der Erholung los, so kann man das im Endeffekt sagen. Aber nur ins Golden Pocket. Wir wurden rejected und über Nacht gab es jetzt eigentlich kaum Bewegung. Blicken wir mal ganz kurz auf die Stockmärkte gleich dazu in diesem Zusammenhang und schauen uns das mal an. Also wir hatten gestern negative Vorzeichen. Wir sehen hier Eröffnung relativ negativ. Und dann ging es aber wieder deutlich nach oben, zum Beispiel beim Dow Jones. Gold natürlich Outperformer in diesem Sinne. Normalerweise, wenn irgendwo Krieg ist oder Krise, dann ist Gold momentan der Performance auch hier. Momentan das Ziel noch nicht ganz erreicht, hier oben die 1.873. Aber auch hier auf dem steigenden Ast. Und dann schauen wir uns nochmal den NDX an. Gleiches Spiel auch nach oben hingepumpt und den SPX auch. Also alle negativen Vorzeichen, sage ich mal von gestern, sind wieder erübrigt worden. Die Kurse sind nach oben geballert, aber es ist Montag. Montag immer so ein bisschen false move, Monday, wie man immer so gerne dazu sagt. Deswegen gilt es hier ein bisschen aufzupassen. Bitcoin hat davon erstmal dann wieder so in den Nachmittagsstunden, Abendstunden erstmal wieder profitiert. Trotzdem sind wir nicht aus dem Gröbsten raus. Man muss dazu sagen, das Volumen ist deutlich zurückgegangen. Wenn wir uns das mal sehen, Abverkaufsvolumen war sehr, sehr stark zu diesem Zeitpunkt. Dafür wiederum das Kaufvolumen, was dann im Laufe des Nachmittags reinkam, war sehr, sehr gering. Also hier wirklich eine nachhaltige Erholung schon zu sehen, wage ich zu bezweifeln. Kurzfristig ist das Ding hier nochmal mit dem Golden Pocket drin oder die Ineffizienz hier bei 27.800. Rechne aber nochmal damit, dass wir nochmal auf 27.150 runtergehen. Beziehungsweise hier zwischen 27.000 und 27.150. Das ist die grüne Box. Da haben wir gestern glaube ich schon mal drüber geredet, dass die Ineffizienz hier unten noch nicht ganz genau auf den Dollar, ja sag ich mal, gefüllt wurde. Wir sehen hier, zweimal wurden wir hier langsam nicht abgeholt oder leicht nicht abgeholt. Das hat mich immer noch ein bisschen genervt. Aber gut. Ansonsten wäre das die positive Möglichkeit, dass wir uns hier unten die Liquidität im Laufe des Tages holen mit einem doppelten Boden. Wäre eine Möglichkeit und einer möglichen Bullish-Divergence auf dem 4-Stunden-Time-Film, die wir dann hier unten bilden würden. Die bearische Variante wäre, wir treffen hier nochmal das Golden Pocket, beziehungsweise die Ineffizienz, schaffen kein höheres Hoch hier mehr rein. und werden dann komplett abverkauft in Richtung 26.000 oder sogar 25.600 US-Dollar. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Ich gehe aber ehrlich gesagt eher davon aus, wir werden jetzt auf jeden Fall erst einmal diesen leichten Abverkauf sehen im Laufe des Vormittags-Nachmittags. Die Newslage ist heute relativ dünn, also wir haben keine richtigen News, die im Endeffekt den Kurs dramatisch bewegen könnten. Außer es kommt wieder irgendwas aus den USA und Israel und sowas. Ihr wisst ja, wie die Lage da drüben ist. Das könnte nochmal zu Bewegungen führen. Ansonsten charttechnisch müssen wir uns darauf vorbereiten, okay, Golden Pocket sollten wir hier komplett drüber gehen und ein höheres Hoch schaffen. Dann ist das Alternativ-Szenario nach unten erstmal durch. Ansonsten sollten wir hier wieder rejected werden, nur die Ineffizienz nach oben hinschließen. Gehe ich stark davon aus, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir hier nochmal abverkauft werden, sollte hier diese kleine Support-Zone auf jeden Fall brechen. Trotzdem, Möglichkeit für einen Long-Einstieg ist für mich weiterhin genauso wie letzte Woche hier unten die 27.150. Habe ich gestern schon in Telegram-Gruppe geschrieben, dass das für mich momentan das wahrscheinlichste Szenario ist. Dann kommt es natürlich darauf an. Kriegen wir hier im Endeffekt diesen Impuls nach oben, beziehungsweise hält die Zone ansonsten eben diesen Abverkauf. Short-Position momentan keine wirkliche geplant. Ich habe so ein bisschen im Kopf hier oben die Marke von 27.900 US-Dollar. Warum? Wir haben hier im Endeffekt diese 1-Stunden-Supply-Zone, die ja im Endeffekt mit dem Volumen hier übereinstimmen würde. Sollten wir hier im Endeffekt diesen Short eingehen, Stop-Loss muss hier in Richtung 28.1, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher, 1% Risk. Das ist aber momentan erstmal so das Szenario, wo ich mir am gröbsten vorstellen könnte nochmal für einen Short. Also für uns heute, um nochmal kurz zusammenzufassen, wichtigste 27.700, 27.800. Sollten wir hier durchbrettern, ist das Ganze erstmal bullisch. Sollten wir hier oben gejectet werden, können wir uns einen Short überlegen, der zumindest in die Region 27, 27.2 runtergeht. Und von hier aus dann mit einem möglichen Hedge-Long mitzunehmen. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Wir haben unser Ziel von gestern deutlich unterschritten. Und das war auch wieder der Grund gestern Abend, warum ich gesagt habe, nee, wir gehen hier nicht in irgendeine Position rein. Wir warten hier das erste Mal ab. Wir haben gestern im frühen Video darüber gesprochen, dass diese Zone hier um 1.570 ein möglicher Punkt ist, wo wir im Endeffekt Support reinkriegen. So war es auch grundsätzlich. Wir hatten aber nochmal einen ordentlichen Abverkauf auf 1.547. Lag einerseits daran, Bitcoin ist runtergegangen, Ethereum nochmal deutlich mehr. Ethereum Foundation hat 1.700 Ethereum verkauft. Und ja, Futures ETF hat mal letzte Woche schon das Thema, dass der auch gelauscht wurde. Hat natürlich auch negative Auswirkungen auf Ethereum. Ja, ansonsten, Long-Möglichkeiten sehe ich hier keine. Vor allem jetzt, wenn wir uns in 4 Stunden und 1 Stunden Chart diesen langen Wig, der muss gefüllt werden, meiner Meinung nach. Und das würde auch dazu passen, wenn Bitcoin jetzt nochmal runtergeht, dass wir uns Ethereum auch hier nochmal bei 1.540 rumsehen. Und dann möglicherweise die Chance auf den doppelten Boden haben. Ansonsten wird dieses Tief hier nochmal unterschritten. Gehe ich ganz stark davon aus, dass auch Ethereum hier nochmal einen deutlich größeren Abverkauf sieht. Sollten wir aber, wie gesagt, auf einen 1-Stunden-Timeframe hier unten nochmal die Liquidität tanken. Und dann, sag ich mal, drüber schließen. Sieht die ganze Sache gut aus. Wir können hier nochmal einen Long probieren. um dann zumindest die Ineffizienz nach oben hin bei 1.615 US-Dollar zu füllen. Ansonsten gibt es momentan wenig zu sagen. Wie gesagt, Gold und sowas auf dem Vormarsch. Die Stocks halten sich derzeit noch sehr, sehr gut. Wundert mich meiner Meinung nach. Aber gut, warten wir mal ab, was da im Endeffekt noch auf uns zukommt. Und der DXY im Endeffekt genauso. Wir haben jetzt unser Fake-Out bekommen, wo wir drüber gesprochen haben. Also diese grüne Box hier, das war unsere Fake-Out-Box. Momentan ist es noch ein Fake-Out. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier die Bestätigung reinkriegen und sogar noch ein bisschen mehr abverkauft werden. Aber gut, wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare unten reinschreiben. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ansonsten, wie immer, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann auf jeden Fall möglicherweise heute Abend, je nach Newslage, wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.